Erste Game hat... Das ist okay, ja. Ich glaube, ich habe das ein bisschen in den Friendlies gesehen. Und das ist kein so guter Look für Mali. Wie meinst du? Dieses Matchup. Man wächst sich, glaube ich, echt gut gegen. Zumindest gegen eine Mali-Matchup. Oh, shit! Das ist halt Box-Fox einfach. Ja, das ist safe. Wie meinst du? Man kann Maxi gut auf Guard catchen, den man zwischendurch ein bisschen Box-Slander hat. Er macht so sicke Sachen. Oh. Er hat prozentig was bekommen. Was? Maxi hat hier fast Prozente bekommen. Er hat Prozente bekommen. Oh mein Gott. Das ist so richtig so Hex gegen Ninja-Dude-Feeling irgendwie. Was ist dein... Was ist dein... Ernst? Du hast das Mal hier hoffentlich kein Wahnsinniger... Das kann ich nicht. Oh! Oh! Da kann man nichts machen. Wo werden wir es gleich wie gestürzt? Ich kann Schüler gemüsst. Schüler... Ja, du musst... Dafür machst du auch Wochenende. Das wäre so wahnsinnig. Das wäre so wahnsinnig. Ja. Berlin ist einfach meine Schöpfstelle. Nein, deine Schöpfstelle ist unsere Stadt. Oder unsere Stärke. Nein, das stimmt. Timias Wien ist stark in Berlin. Jenny Prenzelberg, Kosti Charlottenburg. NRW mal in Berlin. NRW mal in Berlin? NRW mal mitzahlen. Oh Mann. Gegen die muss ich? Musst du weiter warten? Ich muss glaube ich noch warten, ja. Ich muss noch warten, ja. Hm... Kann ich doch noch? Sag ich nicht. Hm... Wintel. Hier. Oh Gott. Oh Gott. Provectory gegen Geldmann. Wenn die ist gegen... Gegen Sorge, dann gut. Wen spiele ich, wenn die... Also die spielen noch? Ähm, Mare. Okay. Also gegen sie wird auch von denen bleiben. Wenn du Geldmann besiegt, spielen wir noch mal? Gegen... Wenn ich Geldmann besiegt... Ohhhh. Warte, ah ne ne, Mare ist Projected, oder? Ja. Er spielt ja gerade. Dafür muss ich Geldmann besiegt. Ich habe ein bisschen Cruiser besiegt, aber habe ich schon mal geschafft. Ja, der hat es ja. Der ist hier bei Animal Rights, weiter. Ja, der muss eigentlich nicht liegen, oder? Ja. Ja, der muss... Ja. Das ist halt aber eine Sache. Hast du mal die Geldmann gemacht? Nein. Ich habe schon nie gewonnen. Nee. Pagentbole. Der Typ ist krass. Hast du ähm... Salon? Was habe ich? Deniz. Er hat 1.000 Euro. Deniz von Nürnberg. 1,2 Nürnberg. 1 Ball. 1 Ball. Online oder? In Nürnberg. In Nürnberg. In Bracket. In Bracket. Eines davon, die im Platz hat es da gegen Schi mal. In Bracket, ja. Im Korb. 3,2. In 30. Aber letzte Woche habe ich ihn ja nicht mehr verloren hätten, weil er war gegen Hase, richtig klar. Da hättest du wirklich Top 3 gegeben. Wenn du gegen ihn gewonnen hättest. Ja, hier, aber in Nürnberg hätte es Top 3 wären, könnten wir schon eins noch gegen Schieber gewesen. Top 3 von 44 und nicht Top 3 von 12. Das war bitte. Ich meine, war schon wieder ein Reverse wieder. Ich habe fast was gewesen, so wie gegen Irfan. Ich fang dich dann. Gegen Demo die Spiele? Wie hast du ihn gespielt? Gewinner von Animal Rights und Gateman. Oh shit! Achso, such das gegen Gateman. Ich dachte du hast Gateman, wärst du zu. Hey, vielleicht. Ich glaube, ich meine, es ist nur ein bisschen washed, wenn ich das so sagen kann. Seid ihr erwachsen geworden, das ist halt erwachsen. Seitdem er die zwei Arcadians gewonnen hat, ist er auch unmäßig geworden. Ja. 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 Ganz genau. Ja. Ich glaube, das geht nicht hier. Jetzt geht's Maul. Das ist ein gematches trocken. Der ist einfach im Bolzert Flug. Ich habe mich noch einmal bezüglichen. Ich werde das mal selber weiter ver clameln. Im Fluss. Ohhhh! Pomponator's curse! Let's go, Maxi! Pomponator's curse! Pomponator's curse! Pomponator's curse! Oh, erfreut mich ganz schnell! Der Combo-Counter zählt übrigens die Blast-Storm-Damage! Der Combo-Counter zählt Blast-Storm-Damage! Keine Ahnung! Weil der gerade zwei Hände mit der Abwehr... Der hat drei, vier Hände mit der Abwehr... Alle in der Blast-Storm-Ball! Ich weiß jetzt nicht, wie neuerdings das funktioniert... Ja, aber der zählt auf jeden Fall mit! Muss man da fachen nächstes Mal! Geil! Ne, der ist auch ein Combo-Tool! So, jetzt der Combo-Tool! So ein Combo-Tool! Blast-Storm-Damage! Pomponator's curse! Pomponator's curse! Ne, irgendwann habe ich es, glaube ich, geändert! Das ist echt komisch manchmal! Und was ist das? Weil ich benutze ja diese Combo-Meter von... äh, mit Flippi, die endlich eingebaut sind! Nehmen Sie das jetzt! Ich kann aber nicht so kategorieren! Ist das schon komisch! Ich kann nicht so kategorieren! 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 Oh! Fahne, ich habe das Double-Dum! Set ihn zu der Blast-Storm! Ja, ich denke, ich habe das nicht so kategorieren! Ja, ich habe das nicht so kategorieren! Ja! Ja! Maxi ist ein Mysterium! Oh! Gott! Ich habe das nicht so kategorieren! Ich habe die ganze Welt gegründet! Ich habe das ganze Bild-Storm! Ich habe die ganze Zeit im Kontext! Ich habe die Z-Jump' bei mir gehört! Aber ich habe die Z-Jump' mit meinem Kontext! Aber ich habe das nicht! Ich habe die Kontext! Ich habe die Kontext! Ja, ich glaube, es funktioniert. Ja, das ist ein dicker Kater. Und es ist eigentlich ein D-Sex-Posite. Es ist nicht so bad. Es ist so bad. Ja. Ich finde, es ist ein bisschen wie ein Kater. Aber es ist ein bisschen wie ein Kater. Aber es ist ein bisschen wie ein Kater. Das ist so cool.